Keus.de informiert über das Triebhund-Parasiten-Medikament Das Triebhund-Parasiten-Medikament ist ein hochwirksames Arzneimittel gegen Parasiten wie Istiofterius, Trichotina, Istiobodo, Chelodonella, Odinium, etc. Die auftretenden Symptome können weiße, grisskornartige Punkte, weißliche bis gelbliche, schleimige Belege oder samtartige Flecken sein. Diese können sich über den ganzen Kühlpaar des Zierfisches ausbreiten. Die Behandlung besteht aus drei Anwendungen. Dabei ist die 500ml Flasche ausreichend für 10.000 Liter Teichwasser. Die angegebene Menge ist mit Teichwasser zu verdünnen und mit einer Gießkanne auf der Oberfläche des Teichs gleichmäßig zu verteilen. Nehmen Sie bitte einen eventuell vorhandenen Filter während der Behandlung außer Betrieb oder lassen Sie diesen getrennt an einem Behälter weiterlaufen. Gleiches gilt für UV-Klärer. Das Medikament würde sonst zum Teil ausgefiltert und schädigt die wertvollen Filterkulturen. Es ist zu empfehlen das Produkt bei Eintritt der Dämmerung anzuwenden, da die Wirkstoffe durch starke UV-Strahlung zu schnell abgebaut werden. Sie sahen eine Produktinformation von keus.de. Alles für Ihren Teich. Zitat